HAK ist hier ein anderer Begriff für den Host-Anschlusskasten, aber ich erkläre hier den Begriff einfach nochmal. Der Host-Anschlusskasten ist hier ein Begriff im Zusammenhang mit der Installationstechnik. Er ist Pflicht in jedem Host, welches an das öffentliche Stromnetz angeschlossen ist. Kurz gesagt ist der Host-Anschlusskasten die Übergabestelle vom Verteilungsnetz zur Verbraucheranlage. Von dort aus führt eine Leitung zum Verteilerkasten bzw. der Hauptverteilung. Diese enthält zum Beispiel die Stromzähler. Im hier eingeblendeten Bild wird ein Host-Anschlusskasten gezeigt. Ich bin Enrique Fernandes hier bei FMH Studios. Bis zum nächsten Video. Adios.